Namaste, namaske, guten frühen Morgen miteinander. Es kam dann doch noch gestern Abend zum Thema Julian Assange, doch noch am 20. Mai. Heute haben wir ja schon 21. Mai ein Verdikt des London High Court of Justice über die Geschichte mit der Auslieferung von Julian Assange, meine Damen und Herren. Die Presse spricht und schreibt von einem Big Win, also von einem grossen Sieg vom Team Assange, wenn man das so nennen darf. Das Positive ist sicher, dass Julian Assange nicht ausgeliefert wird, zumindest im Moment nicht. Wie es zu befürchten war. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein solches Gericht die Verantwortung übernehmen würde. Und das ist die gute Nachricht. Also das Ganze, wenn man es ein bisschen zusammenfassen will, was da losging, ist so, dass eigentlich beginnt wieder alles von vorne. Die beiden Richter an diesem London High Court of Justice vom Royal Court, also vom königlichen Gerichtshof, waren der Meinung, dass die Zusagen der Amerikaner nicht genügend sind, dass Julian Assange einen fairen Prozess bekäme. Also dass diese Zusagen der Amerikaner nicht genügend sind. Und sie haben, die beiden Richter, dem juristischen Team, den Anwälten von Julian Assange, das Recht zugesprochen, to a full appeal hearing, also wieder zu appellieren und wieder ein Hearing zu bekommen. Sie haben allerdings doch auch durchschimmern lassen, das ist vielleicht das zweite Positive, dass er jetzt doch über fünf Jahre, fünf Jahre, einen Monat und auch ein paar verquetschte Tage in einem Hochsicherheitstrakt mehr oder weniger in Isolationshaft ist, mit sehr, sehr eingeschränkten Besuchsrechten. Ihm wurde in diesen ganzen fünf Jahren ein sogenannter Family Day, wo man nicht eineinhalb Stunden auf festgeschraubten Stühlen mit seiner Ehefrau reden konnte, sondern fünf Stunden mit der Familie in einem speziellen Raum auch ein paar Spiele mit seinen Söhnen hätte spielen können, nicht fixiert auf einem festgeschraubten Stuhl. Das haben sie doch auch eingebracht. Und was mir aber persönlich zu denken gibt, ist, ist dieses Urteil für die Amerikaner ein schlechtes Urteil? Ich glaube nicht. Das Ganze, ihr wisst, wie langsam solche Mühlen mahlen, das gibt wieder Monate Aufschub und es ist Wahlkampf in den USA und selbst amerikanische Beobachter haben gesagt, will Joe Biden und sein Wahlkampfteam tatsächlich, dass Julian Assange in Handschellen aus einem Flugzeug in Amerika steigt. Wird das die Umfrageergebnisse von Joe Biden verbessern? Für die Demokraten, die liberalen Demokraten, wird das die jüngeren Menschen in Amerika auf seine Seite ziehen? Und da gibt es grosse Bedenken. Also die Amerikaner haben eigentlich auch einen Big Win, wenn man so will. Er bleibt, zumindest was ich da an Unterlagen vor mir habe, von verschiedensten Quellen, er bleibt in Belmarsh Prison und dort, wo ihn die Amerikaner haben wollen. Wie ist das für seinen Gesundheitszustand? Meiner Meinung nach, und da bin ich voll bei Nils Melzer, Deleterre, sein Gesundheitszustand, weder physisch noch psychisch, wird sich verbessern. Die Gefahr eines Suizids mit oder ohne Anführungszeichen steigt. Und ich bin äusserst gespannt, wie jetzt weiter vorgegangen wird. Ich muss sagen, das übersteigt mein juristisches Verständnis. Es ist umso mehr, als wir ja mit Gesetzen von dem Vereinigten Königreich Grossbritannien umgehen müssen. Also ich finde es, ja, es ist mal beruhigend, dass er nicht ausgeliefert wird. Wir sind ja bescheiden geworden, was freier Journalismus und Gerechtigkeit betrifft. Das ist gut. Für das danken wir irgendwelchen höheren Mächten, die ihr euch selbst auswählen könnt, je nach Spiritualität und Religion, die ihr habt. Aber es ist einfach eine Patsituation nach wie vor, auf Kosten eines Menschen, der für die Wahrheit eingestanden ist, der das getan hat, was jeder aufrechte Journalist, von denen gibt es noch welche, getan hätte. Und ja, die Supporter, die Protestierenden haben das ausserhalb des Gerichts natürlich auch als Sieg gefeiert. Stella Achange hat dem Gericht applaudiert und gesagt, «The court made the right decision», also das Gericht hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie ist natürlich auch vorsichtig geworden. Die richtige Entscheidung wäre zu sagen, Julian Assange ist ein freier Mann. Von mir aus, er wird des Landes verwiesen, «One-way-Ticket to Australia», wo er Staatsbürger ist, wo die Regierung ihn in Australien hin oder her mit offenen Armen empfangen würde. Sie haben sich auch eingesetzt. Lassen wir mal die 10, 19 Jahre in Australien mal rechts liegen. Es geht jetzt hier um freien Journalismus. Es geht vor allem um den Menschen. Julian Assange, meine Damen und Herren. Und sie hat aber auch gesagt, «We spend a long time here in the United States putting lipstick on a pick, but the judges did not buy it». Also, wenn man das irgendwie übersetzen will. Sie haben Honig ums Maul geschmiert, den Londoner Gerichten, aber die Richter haben das nicht für bare Münze angenommen. They didn't buy it. Und auch former Labour Party-Chef Jeremy Corbyn hat, der sich immer sehr für Assange eingesetzt hat, hat das als Sieg gefeiert, als Zwischensieg, also ein Etappensieg, würde man bei einer Radrundfahrt sagen. Aber er sagt auch, «There was still a lot to be done to secure Assange's freedom». Also, dass noch viel, viel Arbeit ist, bis Julian Assange ein freier Mann ist. Und da kommt natürlich wieder die Frage, ja, sollte er je als freier Mann aus diesem Hochsicherheitstrakt hinauskommen, wie damals Nelson Mandela 1990. Was wird für ein Mann dieses Gefängnis verlassen? Aber vielleicht bin ich da auch schon zu weit. Es ist noch gar nichts gewonnen, ausser, dass er nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Ihr werdet nachher noch ein Video sehen, das nicht die Top-Aktualität ist, weil ich sage dort, wir warten auf das Verdikt. Es war eigentlich schon Redaktionsschluss. Ich bin dann nochmals in die Hosen gestiegen, als diese Meldungen am Abend reinkamen. Aber das Video schaut es euch trotzdem an, weil es zeigt neue Aspekte an oder auf. Und es wird ein sehr interessanter Mann aussagen dort, nämlich Ben Wieser. Er ist der Hauptanwalt gewesen von Edward Snowden. Ein ähnlicher Fall, wenn auch anders gelagert als bei Julian Assange. Snowden wurde die Weiterreise nach Ecuador verweigert, weil die Amerikaner ihm den Pass annulliert haben, in der Luft auf dem Flug von Hongkong nach Moskau. Und dieser Menschenrechtsanwalt, Wieser, sagt sehr, sehr interessante Dinge und was eigentlich das Hauptkriterium ist für diese ganze Anklage an Julian Assange. Also guckt euch das an. Ich habe da in der Recherche in diesem Pfingstwochenende auch neue Aspekte entdeckt. Die Bilanz, ich möchte mich wirklich sehr kurz fassen, ist teils, teils, wie gesagt, ein Teilerfolg. Die Hoffnung stirbt zuletzt auch für die Familie, für den Vater, für den Bruder, für seine beiden Söhne und für Stella Assange und für das ganze Anwaltsteam. Das ist gut. Ich hoffe, die können Moral tanken, sie können neue Energie tanken und vielleicht auch ein ganz kleiner Dank an diese beiden Richter. Auch wenn sie den Mut nicht hatten, zu sagen, so, wir machen jetzt wirklich einen Strich drunter, unter diese ganze unrühmliche Sache. Es geht um einen Menschen, der nichts verbrochen hat. Ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung. Ja, das soll es gewesen sein, nur dass ihr denkt, ja, der Kaim ist hinten nach. Wir haben das mitbekommen, auch meine Frau hat das als Erste gesehen und mir gesagt, hey, guck mal, was meinst du da? Und ich habe gesagt, ja, okay, ich steige jetzt nochmals in die Hosen, hänge dieses Sondervideo noch vor, das andere Video an, also noch frühmorgendlicher. Und wie gesagt, im Rahmen der Gerechtigkeit, im Rahmen der freien Meinungsäusserung, im Rahmen eines restwürdigen Journalismus hoffen wir weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die neue Arbeitswoche, etwas verkürzt und schaut euch das Video neugierige Augen bleiben nie trocken trotzdem an. Ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns seid. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich kann das noch nicht richtig einordnen, aber, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich im Moment sagen kann. In diesem Sinne einen guten Tagesstart. Wir sehen uns, wir hören uns und bleibt uns gewogen. Das ist wichtig. Danke. Danke.